Wir müssen selbst doch... Wir müssen selbst hingehen. Wie du willst. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Er denkt, er sei fürs Allein sein Bestand. Ich dachte, ich wäre die Ausnahme, aber... Ich lag falsch. Nun, ich versuch's gern, wenn es euch zwei vielleicht wieder zusammenbringt. Oh shit, ich bin zu spät fürs Essen mit D. Ich muss mich noch umziehen, aber wenn du willst, setz ich dich beim Laden ab. Klar, danke. Nein, Michael, danke dir fürs Zuhören. Ernsthaft. Ich bin zu spät. Hey, meine Hübsche. Alles okay? Du siehst echt beschissen aus. Ich hab nicht sehr gut geschlafen. Aber hier bin ich, weil du mir wichtig bist, siehst du? Oh, nun ich weiß unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur fünf Minuten, um den Papierkrank zu erledigen. Keine Eile, ich muss Eddie noch was vorbeibringen. Klar, und du musst Mrs. Romerows Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Greg's ihn vertilgt. Mrs. Romerows Kuchen? Bin dran. Ich treff dich dort, wenn ich hier fertig bin. Morgen. Hallo, Miss Ronan. Oh, sieht aus wie Wildbären. Mrs. Romerows Kuchen muss sie im Sommer eingefroren haben. Oh ja, sie nimmt ihre Kochkünste ernst. Sehr ernst. Nehmen wir uns ein Stück für Kuchen. Oh, sieht aus wie Wildbären. Mrs. Romerows Kuchen muss sie im Sommer eingefroren haben. Oh ja, sie nimmt ihre Kochkünste ernst. Sehr ernst. Und Teller nehmen. Okay, also kein Kuchen. Das ist ja traurig. Kuchen. Wenigstens haben wir hier nicht übernachtet. Mach's dir dort oben nicht zu gemütlich. Befehl vom Chief. Sorry. Eddie ist wohl beschäftigt. Ich sollte ihn nicht stören. Eddie ist da drin. Er macht den Typen echt zur Sau. Ich sollte die Unterlagen hier ablegen. Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Klauschen ein bisschen. Ich sollte eigentlich nicht lauschen. Aber... Ja, kenne ich. Sie besuchen also die Familie. Und um Elchen zu jagen, richtig? Sie haben einen Schein für die Gegend bei Mirren? Korrekt. Die Saison ist bei den meisten Orten der Hände. Glück gehabt. Das stimmt. Den Elchen in Ihrem Fahrzeug haben Sie... ...in dem freigegebenen Gebiet gejagt, richtig? Was will ich? Ich bin ja kein verdammter Wilderland. Ganz ruhig. Ich sammle nur die Fakten. Okay. Es ist so. Die Polizei ist am Highway bei Crystal auf Patronhülsen in einer gesperrten Zone gestorben. Ich muss hier wieder... Ich sollte mir ein Stück Kuchen schnappen, bevor Greg's alles verschlingt. Ich habe ein kleines Verhör. Ich frage mich, was Eddie über meinen Umzug denkt. Wir haben kaum darüber gesprochen. Das ist der Typ, der hier den... ...den gut, der Stingens gemacht hat, den Mandanten getroffen haben hat, der auf der Fähre schwimmt, der das... ...de illegal echte Jäger gehabt. Hm, Dessert zum Mittag. Ziemlich cool, was? Was ist denn was das? Ziemlich cool, ja. Ich war schon immer ein Schleckermaul. Hab's von meiner Mutter. Sie hat fast täglich gebacken. Was gibt's bei dir? Forellenpastete und, äh, Schwarzrettich. Ich bin auf Diät. Eine Kuchendiät? Hey, psch, 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 psch. Darüber schweigen wir. Was liest du? Oh, über den Hafenstreik. Hafenstreik und den Ärger, den diese Leute uns allen bereiten. Ich hasse Streiks. Wo sind wir? Etwa in Paris? Bitte. Für viele ist das der einzige Weg, um sich Gehör zu verschaffen. Hey, Grex. Und, was treibt die Unterwelt von Delos Crossing so in letzter Zeit? Äh, Wildere, Vandalen, ein paar unvergessliche Sittlichkeitsvergehen. Nichts Ernstes. Ich hab da nichts gegen. Langweilig ist gut. Nicht wie in Juno. Meine Tochter will da unbedingt hinziehen, aber das kann sie vergessen. Warum? Juno ist super. Dort erlebt man wenigstens was. Drogen, darum. Doppelt so viele Delikte wie im Landesdurchschnitt. Ständig kommen Leute von weiß Gott woher. Oh, das wusste ich nicht. Okay. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Das wusste ich nicht, dass es da Drogen-Delikte gibt. Nein. Stehen irgendwelche großen Urlaubspläne an? Wir fahren über Thanksgiving wahrscheinlich nach Anchorage. Lindas Schwester wohnt in der Gegend, aber... Würde ich nie machen. Drogen, nehme ich. Nein. ...habe zwei Jahre lang gespart und alles mit einer falschen E-Mail-Adresse gebucht. Richtig cool. Da möchte ich ja auch gern mal hin. Ist wohl unser letzter Ausflug, bevor Lauren aufs College geht, also... ...soll es schön werden. Ich bin mir sicher, dass ihr viel Spaß haben werdet. Hey, Grex. Äh, schon gut. Kuchen essen. Kuchen essen, Kuchen essen, Kuchen essen. Sieht denke aus. Dieser Kuchen ist der Wahnsinn. Der beste, den ich je hatte. Oder? Hey, sorry, dass es so lange ging. Keine Sorge. Du wirst es nicht glauben. Wir haben den Briefkastenräuber. Rate, wer es war. Hm, hm. Briefkastenräuber. Hm. Ein Tier... Wie... Ein Waschbär vielleicht? Hat da etwa wieder jemand unsere Polizeiarbeit belauscht? Eine Weihrabe. Eine Weihrabe. Na egal. Ja. Ein Waschbär. Der Meisterkriminelle von Delos Crossings am Ende. Ein Waschbär. Nur ein pelziger Müllschlucker. So werden Legenden geboren. Jedenfalls tut es mir echt leid, dass ich dich sitzen lasse, aber ich muss den Kleinen zur Wildtierbehörde bringen. Wir verschieben das, okay? Oh, kein Problem. Wirklich, das verstehe ich. Die Pflicht ruft. Danke. Naja, das holen wir einfach nach. Ich fühle mich schlecht, deinen Geburtstag verpeilt zu haben. Ich wollte eigentlich was für dich machen, aber ich war ziemlich beschäftigt, deswegen... Nein, ich verstehe schon. Dein Bruder ist zurück und jetzt liegen deine Prioritäten woanders. Was? Nein, nein, es ist nicht... Ganz ruhig. Ich mach nur Spaß. Ich muss jetzt echt los. Ich ruf dich später an. Versuch etwas zu schlafen, okay? Bis dann. Tja, soviel zu meinen Mittagsplänen. Hey, ist dein Bruder heute nicht dabei? Nein. Er wollte sich hier wohl nicht mehr blicken lassen nach dem, was er gestern abgezogen hat. Was? Was hat er denn abgezogen? Was meinst du? Du weißt schon, dass er in den Archivsaal eingebrochen ist und dann deinen Onkel so angegriffen hat. Hey, wir sorgen uns alle um dich. Das ist nicht die Alison, die wir kennen. Die Alison, die ihr kennt? Ja, das süße, clevere Mädchen, das nie jemandem absichtlich wehtun würde. Ich weiß, ihr drei habt euch versöhnt, aber im Ernst, es machte ihn zu schaffen. Wir haben getan, was nötig war, um zu bekommen, was wir brauchen. Okay, sei aber bitte vorsichtig. Ich mache das schon sehr lange. Und Leute ändern sich sehr selten. Selbst wenn wir es wirklich wollen. Hör zu, ich bin echt müde, können wir das nicht? Alison, ich mag dich. What the fuck? Ich kenne dich schon ewig. Du bist ehrlich? Stand fest? Du machst kein Ärger. What the creep? Ich meine, wenn er untergeht, lass dich nicht von mir ziehen, okay? Ich kann es nicht. Was passiert da gerade? Alles okay? Bitte lass mich einfach. Fäst du sie mal nicht an? Ich brauche frische Luft. Ich brauche frische Luft. Ich brauche frische Luft. Hey, howdy crap. Meine Fresser. Hat der Bulle ihn gerade, hat der Bulle sich gerade angekrapscht? Sag doch was, bitte. Fuck. Warum ignoriert er mich? Oh Gott. Keine Luft. Bitte nicht. Sag doch, das kommt unpassend. Oh Mann, was machen wir hier? Okay. Okay. Das hatten wir schon mal. Panikadakke. Gleich geschafft. Was ist so ein Ding zur Panikadakken-Beleitigung? Acht auf der Daimler-Gutail zu loslassen, um Elisabeth beim Atem zu helfen. Ich muss nur einatmen und aus. Folge den Kreisen. Das ist eine gute Idee. Nur noch ein bisschen. Okay, weißt du, ob ich dieses Mini-Spiel schaffe. Ah, okay. Mein Herzschlag wird langsamer. Weiter dranbleiben. Fokussieren. Beruhig dich. Und jetzt stellen wir Strafanzeige. Alles okay. Schwindelst du? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wie die Leute da sein werden. Oder wann ich dich wiedersehe. Wir können es rückgängig machen. Und sagen, was wirklich passiert ist. Nix da. Das war's. Ende. Ich kann immer mit der Stimme mit dir reden, oder? Ja, klar. Es wird fast so sein, wie sonst auch. Es ist Zeit zu gehen, kommt schon. Hey, Chief. Eine Sekunde. Hey, Kinder. Ich, ähm, bin zurück zum Haus und hab ein paar Sachen für euch. Ich weiß, wie viel sie euch bedeuten. Danke. Danke, Sam. Oh, Kinder. Ich, das ist nur ein Auf Wiedersehen auf Zeit, okay? Okay. 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 Das ist doch gar nicht angefasst. Ich glaube, ich hatte eine Panikattacke. Das wird schon. Komm mal rein und wärm dich auf. Dann sprechen wir darüber. Tut mir leid. Der Morgen war einfach so. Gott, wie peinlich. Schon gut. Du hattest lange keine Attacke mehr. Was ist los? Ach, Mann, ich lag so falsch. Bei einfach allem. Lag es an etwas, das Tyler gesagt hat? Ähm, nein. Nicht er. Ich war es. Schon wieder. Ich hab ihn enttäuscht. Ich finde, du hast dir echt den Arsch aufgerissen für ihn. Du verstehst nicht. Ali, du trägst so viel mit dir herum. Mit Hylers Rückkehr. Und deinem Umzug. Lass es doch mal gut sein mit diesen Dingen, die dich offensichtlich stressen. Wenn du Marianne meinst, nein. Ich schulde es, Tyler, einfach. Wirklich? Ich weiß nicht, warum du die Schuld bei dir suchst. Du warst nicht schuld. Naja. Das stimmt nicht, Eddie. Ich war da. Ich. Du warst elf Jahre alt. Du hättest nichts tun können. Du darfst nicht zulassen, dass es dich weiterhin so verfolgt. Sie hat das Schild auf sich genommen. Nein, nicht sehr zu. Hör zu. Sie hat das Schild auf. Sie haben das Schild auf ihn geschoben. Was meinst du? Das ist das Problem. Er ist was zugestoßen. Etwas Schlimmes. Ich weiß nicht was, aber... Es ließ sie nicht los. Du darfst nicht den gleichen Fehler machen. Sag diesen Geistern, sie sollen... abhauen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt stehen sollten. Okay, irgendwann müssen wir auch ja. Eddie... Ich war's. Ich... Ich war die... Mit der Schere. Was? Was... Was sagst du da? Sie... Sie hat Tyler bedroht. Also hab ich zugestochen. Ich... Ich hab sie getötet. Ich hab meine Mutter getötet. Er... Aber Tyler hat gestanden. Aber Tyler hat gestanden. Ja, um sie zu beschützen. Er... Er kam nach Fireweed. Wir haben gelogen. Wir haben alle belogen. Nein, 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 nein. Wie? Es muss hart gewesen sein, das all die Jahre zu verheimlichen. Ich habe es irgendwie verdrängt. Aber jetzt kann ich nur noch daran denken. Egal wo ich hingucke, sie ist da. Ich ertrage es nicht mehr. Es ist nicht einfach, so etwas zuzugeben. Das erfordert viel Mut, Alison. Es tut mir so leid. Das war nicht für euch gegenüber. Er wusste es ja nicht besser. Danke sehr, Eddie. Wie fühlst du dich jetzt? Schon besser? Erleichtert. Und echt müde. Ich musste vorhin an etwas denken. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich passiert ist. Am Tag von Tylers Abreise kam Sam da mit Sachen von uns vorbei? Hm. Ja. Ja, das stimmt. Tat er. Er hat uns unsere Koboldfiguren mitgebracht. Und wir haben uns alle umarmt? Ja. Er hat sich die Hausschlüssel geliehen, um sie zu holen. Er war oft bei uns zu Hause. Hat Dinge repariert, Tiere verjagt. Ich weiß, dass du nicht herausgefunden hast, wer unser leiblicher Vater war. Aber hast du je gedacht, es könnte Sam sein? Also, eure Mama und er standen sich nahe. Es ist möglich, aber dafür gab es keine Indizien. Ich muss mit ihm reden. Sicher, dass das gut ist? Du brauchst etwas Ruhe. Ich muss das tun. Nicht nur für Tyler. Auch für mich. Und für Mama. Ich hab dich lieb. Danke für alles. Ich melde mich. Ich hab dich lieb. Du schaffst das. Jo, na dann. Willkommen zurück. Weiter geht's. Wir wollten jetzt den Onkel besuchen. Hier in seiner Hütte. Schauen wir uns hier erstmal um. Können wir einfach abholen. Einfach mal gehen. Das Fuß wäre so ein bisschen blöd. Delos Marina. Okay. Bei der Marina arbeitete. Ein paar Nummern schilder. Jo, na dann. Ich glaube, hier kann man nicht viel machen. Gehen wir rein. Das kann man lesen. Außer Betrieb. Außen herum gehen. Okay. Das Tor ist außer Betrieb. Da müssen wir den Hintereingang nutzen. Ah. Ah. Die Familie ist vermittelt. Verfluchter. Was haben wir denn da? Ein Motor. Was gibt es? Ich habe gedacht, dass ich eigentlich dein Boot bestaunen wollte. Das war genau das, was wir gesagt haben. Na komm, wir müssen... Ich war drüben auf der Wache und ich habe über ein paar Sachen nachgedacht. Du kennst uns ja schon eine Weile. Kann man sagen. Du hast damals mal mein schickes Jeanshemd vollgekotzt. Ja, tolle Erinnerung. Okay, wir sind verständlicherweise nicht sehr rätselig. Wo ist dein Bruder? Drüben im Haus, denke ich. Was hat er heute vor? Kein Plan. Okay. Ist ja... Sehr spannendes Gespräch. Sehr packend. Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's am Haus? Langsam. Wir haben... viel zu tun. Klar, ich meine... Darin stecken ja auch gleich... mehrere... Leben. ... die Mutter wahrscheinlich. Okay. Komm, noch mal. Billy, so eine... verrostete... Ich hab dein Boot schon länger nicht mehr im Wasser gesehen. Ja, es war mal wieder Zeit für eine Überholung. Bananas are bad luck at board. Bananen bringen Unglück an Bord. Lass sie an Bord. Lass sie an Land oder wo ab. Ok. Klebt eine Banane? Das sieht fast wie eine Banane aus. Hattet ihr mit Bananen angeklebt. Ok. Aber da ist ja schon eine Banane an Bord. Naja. Ja. Das Rost Spray. Dieses hier. Das ist eine rote Dose. Genau. Mann. Der Artikel über Ozeanversauerung ist ja richtig verstörend. Was ist? Oh. In der Zeitung ist ein Artikel darüber, wie der Klimawandel den Ozean ruiniert. Ja. Es gibt immer weniger Fische und ich sehe immer weniger Wale. Keine Ahnung, wo das hinführt, aber wir steuern mit Vollgas darauf zu. Was ist passiert? Oh naja. Ich müsste in dem Schrank dort drüben liegen. Das machen wir doch sofort. Das machen wir doch. Das machen wir doch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.